Bist du bereit, Rieso? Ich wollte erst auf Aufnahme drücken und auf bereit, wenn ihr beiden bereit gedrückt habt. Ja. Sonst verschwende ich wieder unnötig Speicherplatz. Okay, lass mal im Retail-Row gehen, Leute. Fortnite Battle Royale. So, das war es dann aber auch schon wieder. Okay. Nein, ich gehe nicht Retail. Doch, Retail ist gut. Retail ist mir zu groß. Ich gehe Paradise. Ich gehe auf jeden Fall Retail. Retail geht's. Äh, Retail, das kann eigentlich gar nicht wirklich zu groß sein, weil... Paradise ist vor allem, Paradise ist vor allem noch größer. Ja, aber Retail ist beliebter, deshalb gehen da so viele hin. Paradise ist viel beliebter als Retail. Nein. Natürlich. Nein, Paradise hat ja nur noch... Außerdem gibt's da so einen kleinen Geheimspot hier vor. Hier sind auch wieder Flugzeuge. Ich gönne mir eins und dann werden die wieder rumgeflugt. Ja, genauso wie letzte Runde. So, hier drin ist nur eine AR, keine AK, eine AR. Yo, Doc, ist dein Meme jetzt K? Hä? Boombox. Ich check das sowieso nicht, was hier... Was sagst du denn? Ja, das ist voll geil. Das ist voll geil. Das wirfst du? Wirf das mal. Und dann macht das so Bass und alles, was in der Nähe ist, es geht kaputt. Das kannst du auch sonst in irischem Gebäude werfen und der kommt dann nicht gegen anderen mit dem Bauen. Bass etwa? Heftig. Hard Bass? Dynamit ist auch voll geil. Ist voll lustig. Dynamit, äh... Wobei, ich würde... Wie deine Black Scar. Um gegen Spieler zu kämpfen, würde ich eher Granaten nehmen, weil die machen Spielern mehr Schaden. Ich weiß es nicht, ist es bei Dynamit so, dass das zündet und wenn du es in der Hand behältst, explodiert es in deiner Hand. Ja. Ja. Du musst auch loslassen damit. Ja, das habe ich schon verstanden, aber ich habe das noch nicht ausprobiert, weil ich dachte, dann kriegt man übel Schaden. Wenn du es in der Hand behältst, wäre es zu nützlich. Oh, rate mal, was der Boy hat. Okay, nee. Der Boy ist jemand anders. Rechte ich nicht mit dir, Olli. Boah, das macht 70 Schaden. Der wurde gesperrt von YouTube. Das war auch nur Spaß. Wieso habe ich das hier gemacht? Bistung. Außerdem... Ja, gut. Vergessen wir das mal wieder. Der B-U-I. Wieder ein Noll-Loot. Okay, so jetzt. Ich bin den größten Scheiß. Egal, bist du noch rumfliegen. Dir werde ich gleich... Okay, nee, dir werde ich nix wegsteilen. Genau, wegsteilen ist auch gut. Wegsteilen. Das ist immer so groß und weg. Richtig weg. So, ich tue jetzt die Ballons aus. So, ich zünde jetzt drei und fliege hoch. Jetzt zünde ich alle drei, also mach alle drei weg und zünde ein und krieg kein Falscher. Gut, dann geht das jetzt. Und krieg kein Falscher noch und dann geht das jetzt. Ach, hier war ich eben. Ja, ich bin ein Scheiß. Bitte lass da vorne ein Automat sein. Ah, da vorne ist leider kein Automat. Ja. Ich gehe eigentlich immer dieselbe Route, habe ich das Gefühl. Wow, da schießt jemand mit dem Flugzeug. Ist das etwa der Yolox? Ich glaube, wir haben ein bisschen nach der Naustür. So. Ach komm, leider keine Sniper. Dann muss ich wohl mehr auf Nahkampf gehen. Was ja kein allzu großes Problem sein sollte. Guck dir jetzt der Motor aus. Lol. Oha. Sturzflug. Leute, ich habe ja hier eine blaue Schrot und eine P90 in lila. Der Motor geht nicht mehr an. So jetzt. Ich habe das Gefühl, ich kriege heute irgendwie nur Scheiß-Items in diesem Spiel. Ich will eine AWP haben oder eine Heavy-Sniper. Dann bin ich glücklich. Heck meinetwegen eine Autosniper. Eine AWP ist eine Heavy-Sniper. Nein. Natürlich. Hä, die AWM ist die Heavy-Sniper. Die, äh. Kennst du die nicht? Doch, du kennst die doch, die andere. Die noch stärkere, goldene und so. Ja. Das ist aber keine AWP. Die vorne so breit ist. Ja. Ja, die Heavy. Mit dem Einschuss. Ja. Ja. Das ist aber keine AWP. Die AWP ist die Repetier-Sniper. Aha. Oh, scheiße. Versprecht ihr euch auch manchmal? Ja, schön, ich auch nicht. Ich verspreche nicht nie. Danke. Danke. Oh, hier ist ein Akkampf. Ein Repetier-Sniper. So, dass es sich dann anhört, als könntet ihr kein Deutsch und würdet trotzdem YouTube machen. Ja, ich hab das nämlich ständig. Ja, hör dir Salem an. Salem? Salem, ja. Der Name klingt aber nicht sehr deutsch. Ach. Ist auch nicht. Ja, bei denen kann man das ja noch verstehen, aber bei mir... Ehrenmann Salem, ja, weil es in Deutschland geboren. Ich mein... Oh, da oben ist ein Gegner. Oh, oh, nein. Almanischer als bei mir geht es ja wohl kaum. Den hab ich. Oder nicht almanisch. Allmännischer. Den hab ich. Almanisch klingt wie albanisch und das ist dann ja schon wieder falsch. Nein, nein, nein. Aua, aua. Crash. Ich sehe gerade ein gegnerisches Flugzeug. Warte, ich crashe. Da sitzt keiner drin, ne? Oh, au. Hab ich jetzt nicht gecheckt. Ich find das wie ein Stein vom Himmel fällt. Das fällt aber... Oh, ich hab das Flugzeug sogar noch getroffen, ist das Ding. Hab's zerstört. So, da war aber noch... Ja, moin! Alles klar! Damit hätte ich so gar nicht gerechnet. Aber ich hab den einfach mit dem Jagdgewehr aus der Luft weggekillt. Nice, Alter. Danke dir, dass du deine Position verraten hast. Hä, was meinst du? Wir sind in einem Team. Genau, unter dir ist einer. Hab ich gesehen. So, Moment, find ich einfach... Das ist ein bisschen unlogisch. Was war das denn? Oh. Oh ja, schöne Hit. Sag bloß, du hast gerade denselben beschossen wie den, den ich gerade beschossen hab. Weiß ich nicht. Ha! Ach, fuck. Hab ich ihn. Free kill. Musst ihr Probe es in der Flugzeit wechseln? Flugzeug steht es gerade ab. Oh, ich versuch mal mit dem Fallschirm rein zu... rein zu fliegen. Oh, oh, oh. Wer schießt gerade auf mich und von wo? Wenn ich das Flugzeug sehen würde, das wird leider nichts. Ich bin zu weit weg. Weck, 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 weck. Weck, du, oh, hier steht ein Quad. Ey. Was ist mit dem Flugzeug los? Warum ist die Steuerung umgedreht? Die Steuerung ist umgekehrt. Hä? Ich hab ein Quad. Was ist denn jetzt los? Die Steuerung ist umgedreht. Ach du Scheiße. Das ist normalerweise nicht so. Nein, wenn ich nach rechts lenke, lenkt das nichts. Was? Wer, wer war das? Er sagt bloß, das war der direkt neben mir. Nee, das war ein Mate. Oh, fuck. Aber ein anderer war das. So. Das ist aber der Glut. Die Kills haben ja die anderen schon. Ah, wir haben gleich, wir haben alle gleich viele Kills. Oh, fuck. Als... Nee. Bruder, was ist los? 75. Bruder, was ist denn los? 275. Der Streamer 275 hat mich gekillt. Ich hasse diesen... Ach, ich hab 3 gedrückt und ich f3. Oder 4, keine Ahnung. War eher 4, aber das ist ja nur mehr oder weniger dasselbe. Na, Jakob? Gestern. Ja, gestern hab ich mal ne Runde PUBG gespielt und da hat einer im Voice-Chat die ganze Zeit gesagt, ah, alt und f4, damit boostest du deinen PC. Und ich so, ja. Natürlich, alt und f4, damit boostest du deinen PC. Ah. Mann, das ist so knapp. Leider hat er mich einmal getroffen. Ich kann nicht snipen. Also jedenfalls nicht mehr im Jagd, aber das kommt nicht schon mal besser. Da kommen wir nicht ohne Pisse. Komm, ich glaub. Was? Da kam noch einer von oben und hat... Wird ihm geholfen. Ja, leider raste ich des Öfteren aus. Das solltet ihr inzwischen wissen. Ich komm schon wieder am Arsch der Welt. Oh Gott, du wirst nicht glauben, was... Oh. Und dann muss ich so lange fliegen. Was soll das denn jetzt? Ah, moin Jolox, ich bin ein bisschen über dir. Ich komm mal zu euch. Dann zeig ich euch mal, was ich grad aus dem Luftjob bekommen hab. Ich seh's, da unten ist auch ein Gegner. Ja, nur eine Headshot, eine Shotgun. Der haut mich! Der haut mich kaputt! Der hat mich kaputt gehauen. Mit der Spitzhacke. Ja. Fuck, Mann, bin ich behindert. Die macht ja seit 19 20 Schaden. Das ist ja krank. Spitzhacke. Oh, und schon wieder. Ja, die macht 20. Oh Gott. So. Und schon wieder ganz oben. Zumindest... Ah, Eliminierung mit der Maschinenpistole brauch ich. Das ist gut zu wissen. Also, kommt mal zu mir hier hin. Kommt auch ein Dropcard runter. Ich komm. Kann ich mal bitte aufhören zu fliegen? Daumenhocken, Gegner. Ach, Mann. Mann, was für ein Mistviecher. Mist, Mistviecher. Hat jemand eine Mistgabel? Da ist jemand wirklich ein Mistviech. Zack. Hat irgendjemand von euch eine Mistgabel? Ach, scheiße. Auch irgendwie mit einer P90 oder so. Oder mit einer SMG wahrscheinlich. Weil auf Sound hört man ja... Stimmt doch! Als ob du 10 Kills hast, Yolox. Halt's Maul. Nein, ich hab einen. Hä? Da steht, du hättest 10. Alter, der Typ ist ja mega retarded. Wo steht das? Im Pause-Video. Jetzt hast du 11. Junge. Oh, das war knapp. Du hast 11. Hä? Äh, nein. Okay, dann ist das ein Bug. Mir hast du 11. Aber ich hab nur einen. Ja, bei mir hat... Ich hab kurz auch 11. Zack. Das war zwar eigentlich scheiße geaimt. Eigentlich doch. Och, Mann, ey. Dieser Modus. Und dann respawnt man wieder 30 Jahre lang. Bis man am Boden ist. Oh, komm. Gib mir die Heavy. Ja! Hä? Was war das denn jetzt schon wieder? Hallo, ich würde jetzt gerne mal irgendwie landen. Okay, 2 Minierungen mit der Maschinenpistole. Das ging ja schnell. Oh, nice, Mann. Ja, ich bin seit 10 Minuten in der Luft gefühlt. Ja, moin. Ich hab einen Kill gemacht. 170 Meter, ne? Hättet ihr gesehen. Zack. Oh, geil, Mann. Das Ding ist halt, mit so einer Heavy-Sniper kriegst du einfach einen ganzen Baum mit einem Schuss kaputt. Das ist so geil. Das ist so geil. Okay, es geht los. Ich will einmal Polarpeak. Ja, Polarpeak ist auch geil. Voll geil aus. Ja. Geh weiter. Polarpeak. Polarpeak ist auch geil, weil in der Burg, wenn man als erster drin ist und schnell ist, dann kann man sich da richtig viel Gears necken. Also Gears, naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Gears. Also Sony Alpha 7. Ja, da stehen so Stative rum und Softboxen und alles. Genau. Ich hab einfach ein verdammtes Schießeisen. Ich hab einfach verdammte Bandagen. Ist das nicht geil? Das Ding ist, die Lidane Schrot kann im Gegensatz zur Lidane Pump mehrere Spieler hintereinander killen. Der hat ja null Reichweite. Also mehrere Spieler, die hintereinander stehen, killen. Also auf einmal. Ich hab jetzt zweimal die Lidane. Der ist ja richtig scheiße. Die Lidane Pump? Nee, der Grappling Hook. Der hat ja null Reichweite. Kannst ja... Ah ja, ich seh sie. Ach. Aber ich hab ne blaue Schrot und die bevorzuge ich. Okay, man kann sich so mehrmals hochstacken. Leute, vielleicht ist das dumm, vielleicht ist es auch nicht dumm, aber ich bevorzuge die. Man braucht in diesem Spielmodus das Bandagen und Medikills sind echt das dümmste, was man haben kann. Ja, ist halt echt so. Ich hab noch Bandagen. Also, tausche ich dir mal gleich durch die Boombox aus. Eigentlich sind hier Schilder auch total... Das Ding ist, ein oder zwei solche Boomboxen können komplett diese Burg hier wegraiden. Das claim ich jetzt einfach mal so. Das ist einfach ein Gegner. Oh, G**t. Hast du ihn? Nee, 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 nee. Ich lauf grad hinter dem her. Baller mit ner AK oder so drauf. Der hat sich den geklaut. Ja, hier ist der Kiste. Was hat er sich geklaut? Alter, ich hab den Typen runtergeschossen. Ja, gut, hier ist der P90. Und er hat einmal raufgeschossen, hat ihn getroffen. Er war instant rot. Ach so, der hat sich den Kill geklaut. Ach so. Ja, Alter, was für ein Rufensohn. Läuft, ist so überall Eis. Kenn ich, kenn ich, so. Kennen ich. Genau. Und schon wieder ist da so ein Rufensohn, Alter. Da. Die hab ich mir geklaut, haha. Guckt's euch an. Oh, na klar, ja. Ne, heavy. Die Musik ist zwar komplett scheiße, aber meiner Meinung nach zumindest. Also, man kann diese Musik natürlich schon wiedergepricht. So, jetzt soll ich nochmal losgehen. Die Musikrichtung ist so überhaupt nicht meins. Hä, von der Punebox? Ja. Finde ich voll lustig. Will jemand von euch ein Rocket Ride machen? Das ist ja hier super praktisch, ne? Geht das noch? Ja, klar geht das noch. Ich weiß nicht, weil ich hatte zwischendurch gedacht, dass sie das mal rausgepatcht haben. Da sind wir kurz weg. Eh. Oh, da hängt einer in der Luft. Und ich hab ihn eliminiert. Das war mein erster Kill. Mein erster Kill war ein Spieler, der rumgepackt hat. Was? Ich hab einen goldenen Raketenwerfer. Oh, ich hab einen niele anderen. Oh. Ich hab keinerlei Raketen für den. Wirklich, gar keine. Ich versuch grad Leute zu snipen, die so gefühlt 500 Meter weg entfernt sind. Weg entfernt? Ja, ich hab's über geschafft, einen zu snipen. Nice. Mit der Heavy. das geht wenn man alkoholfreies bier trinkt aber nur alkoholfreies und nicht zu viel weil ein bisschen alkohol ist auch immer noch drin aber nicht so viel dass man ja nicht so viel dass es ernsthafte auswirkungen hat stay high all the time ja nice nice richtig geil die spiel ist so geil ja als er hat mich gleich ich versuche den grad zu snipen aber okay du machst das super wenn ich jetzt sterbe ich hab mir gerade auch gedacht wenn wenn der mich jetzt killt ich bin ich bin das denn jetzt schon wieder kronen wofür hat mich jetzt schon wieder abgeschossen irgend team ist er zumindest gestorben nein er springt ab dieses flugzeug ist so scheiße wieso habe ich mich eigentlich hatte in diese richtung ich habe ihn ich hab zwar nicht gesehen ob ich ihm irgendwie schaden zugefügt habe vorher aber okay so was ist hier drin nummel Ah, aber immerhin ein bisschen Schildy So Ich weiß nicht, hat der mir gerade was zugefügt? Ich weiß es gar nicht, aber Vielleicht drei Schaden Junge, kannst du mal aufhören? Bitte hör auf Bitte hör wirklich auf Er hat es übersteuert und außerdem Hab ich gerade sehr Sehr basslastige Kopfhörer auf Zumindest, also früher fand ich die nicht so basslastig Aber mittlerweile schon, weil ich an sehr Weil ich an Kopfhörer gewöhnt bin, die eher wenig Bass haben No bro, I gotta go Genau Ich will jetzt hier mal irgendwie eine Sniper bekommen Bro, I gotta go Wie viele, warte mal, wie viele Kids habt ihr? So, wo wurde jetzt auf mich gesniped? Das muss man ja immer mal wieder Erfragen Oh, das war knapp Das war echt knapp Zack Quickscope War das schon Quickscope? Ich glaub ja Oh meinst, ich glaube drei Ich schieß einfach in die Menge Ist das nice Wirklich, ich liebe das Das ist, muss ich sagen Das ist richtig geil Wenn man so von vier gegen an gleichzeitig angegriffen wird Das ist Oh scheiße Ich musste nachladen Das war schade Ich hätte mit dem Raketenwerfer Ey Jolox, das Battle gerade eben Da habe ich gerade realisiert Ich hätte mit dem Raketenwerfer eigentlich alle umbringen können Da Auf einmal Das war bei mir eben halt auch so Aber stattdessen wollte ich natürlich lieber snipen Ihr kennt mich doch, Leute Ja, schon wieder Einfach Kill weggenommen So lächerlich Ist das nicht bei auf K, oder was? Ah, nice Ja, wow, 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 wow Ho, ho. Richtige ho. War das gerade Zufall? Oh, war das geil. Sag nicht, das war gerade Zufall. Nein, Jakob, nein. Ich wollte einen. What are you doing, man? Ja, komm, nimm dir doch. Ich hab doch, ich hab schon goldenen Raketenwerfer. Wenn man einen Raketenwerfer hat, kann man eigentlich im Nahkampf viel mehr auf Offense gehen. Ah, scheiße, da war hinter mir noch einer. Der sitzt da an seinem LMG. Fuck. LMG gibt's doch gar nicht mehr. Ja, Flagg mein ich. Ja, moin. Ja, moin. Hier haben wir einfach alle mal so richtig. Alle drei haben wir 5G. Ja. Oh, aber das ist interessant. Die, ähm, zerstöre Stühle hier, moin. Äh, das ist interessant. Das, äh, Flaggeschütz wird nicht mit einem Schuss zerstört. Also, von der Heavy Sniper auch. Nee, das wär auch zu krass. Das ist ganz interessant. Gehen wir nach Paradise? Okay, wir gehen nach Paradise. Ja! Das ist ein verbotener Ort, an dem ich noch nicht getanzt hab. Super. Weil das ist nämlich eine Challenge. Und ich geh in letzter Zeit ein bisschen mehr auf Battle Pass. Aber nur ein bisschen. Ich hab keinen Metal Pass. Keinen Mittel Pass? Mann, ich hab nen Busch. Aus ner Kiste gezogen. Ich bin so ein Busch. Haha. Das macht Fun, ey. Ja, lol, ey. Okay. Ich muss gleich Quad fahren. Und einen von euch kann ich mitnehmen. Leider nur. Was? Ich kann ein Feuer wegzünden? Alter, geil. Oh, bruh. Ah. Sorry für den... Nice! Die Rakete ist noch von Silvester übrig geblieben, Leute. Leute, bitte. Das ist ja jetzt wieder verboten, ne? Also, bitte. Ihr habt nichts gesehen. Muss ich eigentlich rausschneiden. Da, ähm... Hat ja einer noch... Ja, ist irgendwas... Ja, ist irgendwas in die Luft geflogen. Ich hab aber keine Explosion gesehen. Ich auch nicht. So. Eins. Big Schild. Und dann könnte man sich schon ein Quad grabben. Aber das funktioniert nicht, weil ich direkt runterfalle. Oh. Oh. Kiste. So, hier ist nun ein verlassener Bauernhof, weil... Sag mal, wer spielt eigentlich nur Scope da eher? Ich. Ich auch. Aber... Ihr beide. Aber auch nur, weil ich... Du auch? Weil ich gerade keine Dings finde. Keine Sniper. Ach, du hast gerade eine. Ja, und deshalb... Ich spiel sie. Ich find sie gar nicht so kacke. Ich find die ganz nice gegen Flugzeuge. Ähm... Weil du den Spieler damit betreffen kannst. So einzeln. Klick, klick, klick. Hallo. Früher war die mal okay. Bis dann irgendwann mal so ein Patch kam und dann war sie richtig scheiße. Gibt's das Thermal-Dings eigentlich noch? Keine Sorge, Leute. Ich werd die austauschen. Ich hab mich nicht umentschieden. Na, schon wär's. Ich mach gleich mal was, was richtig savage ist. Vielleicht bringt's ja Punkte für ne Challenge oder so. Ah, hier ist auch noch so ein Ding. Noch so ne Pumpgun. Ich hätt lieber ne Schrot. In derselben Farbe. Weil die Schrot in der Farbe ist wirklich... Die ist echt OP. Was? Das sieht besonders aus. Ich tanze da mal. Eine blaue Schrot? Mhm. Meinst du jetzt die... Schrotflint. Die taktische. Ja, genau. Die Schnellschuss. Die halbautomatische. Ja, ja. Genau. Und wie heißt dann die andere? Wie heißt die? Pumpgun. Genau, ja. Wie heißt dann die... Wie heißt dann die andere? Die große? Auch Pumpgun. Welche große? Auch Pumpgun. Ja, die lila, ne? Die neue. Ne, das ist ne Pumpgun. Okay. Der ist auch Pumpgun. Es gibt auch die schwere Schrottflinte. Was? Lol. Es gibt doch die schwere Schrottflinte und es gibt doch diese andere. Guckt euch das an, Leute. Habt ihr das hier jemals bemerkt? Da ist einfach ein Haus. Aber das ist aus... Ähm... Ja, aber... Es ist ja auch im Prinzip dieselbe Waffe. Aber sie hat nur ne... Aber sie hat nur ne anderes Aussehen. Die heißt halt echt Pumpgun. Ja. Ja, es ist ja auch eine... Es ist ja auch von der gleichen Art. Nur ne anderes Aussehen. So muss man das nämlich sehen. Okay. Ah, nice. Ne goldene P90. Waffen-Skins. Das ist dann der Moment, wo ihr mich hasst. Oder habt ihr auch ne goldene P90? Hä? Hä? Habt ihr eine oder nicht? Habt ihr eine? Okay. Nein. Das wärs jetzt noch gewesen. Ah, aber hier ist nur ne Minigun drin. So. In diesem Geschenk wird jetzt die Erleuchtung sein. Minigun bin ich echt kein Fan von. Ich schon. Was hast du rausbekommen? Ja, mach ich jetzt auf. Und... Gun. Was für ne Gun? Gar nichts. Hä? Gar nichts? Ich hab die aufs Wasser gesetzt und hier ist einer... Der Boden ist weg. Oh, das ist unfortunate, alter. Nein. Wieso hat die denn auch ums Wasser geplant? Ja, aber kann ich wissen, dass das nicht geht? Die steht dann voll weiter, steht dann voll... Die Bombe? Ne, warte mal. Ich glaub ich hab das falsche geöffnet. Ah, nice. Welche soll ich denn jetzt nehmen? Ist einfach echt nichts drinne. Die Ska oder die AK? AK. Immer AK. Das ist eine goldene Black Ska. Nimm die Black Ska. Okay, ich nehm Black Ska, dann spiel ich heute mal Black Ska. Die Black Ska ist viel besser. Nein, die AK ist so geil. Hallo Jakob. AK for the win. Die AK ist so scheiße. Nein! Alter, dieser Rückstoß allein schon ist so mega... Das war auch nicht groß. Natürlich. Ja, weil du auch einfach nichts kontrollieren kannst. Hast du Season 6 gespielt, ja oder nein? Nein. Ja, na siehste. Ja, aber wir reden ja von dem jetzigen Stern. Ich weiß ja nicht. Ja, das hat sich aber nicht verändert. Ja, ist aber ja trotzdem nicht groß. Hört doch mal auf. Ich hab mir jetzt einfach die Black Ska genommen. Ich spiel sonst immer mit der AK. Aber das ist doch jetzt nichts groß dramatisches, oder? Black Ska ist fatal. Und scheiße, Mann, das war ein kompletter Fehler von mir. Ja, komplett. Weil ich hab den Quad nicht mitgenommen. Ah, wie blöd bin ich eigentlich. Kann ich aber mitnehmen. Oh, Yolox. Du bist mein Held. So. Das klang gerade wie in so einem schlechten Porno. Ja. Oh, Yolox. Deshalb musste ich gerade auch etwas anfangen zu lachen. Was mach ich eigentlich gerade? Hallo? Hallo? Äh, Sex. Was ist das? Mann. Nein. Ja. Scheiße. Achtung. LOL. Das ist gar keine Kiste. Das ist ein Holzbox. Graveler. Ich komm nicht weit genug. LOL. Was geht's? Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Warte mal. Warte mal. Wir machen das jetzt richtig. Ich mach Boost. Und dann da vorne. Siehst du den Baum? Du kannst gar nicht boosten, Lou. Du kannst ja nur Drift. Wer schließt jetzt auf mich? Einfach ein Scheißzeug. Mann, warte. Ich muss vorher noch boosten. Einfach ein Scheißlooper. Nee. Komm, verpisst euch. Mein. Meiner. Und grab, 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 grab. Ah, nicht ganz seid ihr. Meine Raketenwerfer. Ja, ey, wo soll ich denn sonst hinkraben, ist die Frage. Nach unten kann man halt nicht grabben. Ey, wo ist das Flugzeug hin? Ich seh das nicht. Das ist ein Teammate. Alter. Da oben sieht aus, als wäre er noch nicht gelootet. Lass mal, lass mal da oben hin. Alter. Ist das ein... Warte, ich kann mir eben nicht... Ist das ein Assi? Gibt gar nicht schon viele Assis, ne? Oh Gott, ist das ein Assi, ey. Und da hinten ist... What?! Alter. 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 Oh, B. Nice. Noll. An verschiedenen verbotenen Orten tanzen. An Orten, wo man nicht hin darf. Oh, hier war schon jemand. Hier war doch schon jemand. Oh, aber da unten ist ein Flugzeug. Hallo. Hallo. Fortnite. Ich hab den schlechtesten Raketenwerfer im Spiel. Den blauen. Nö. Den goldenen Vierfach. Hä? Ist der nicht voll stark? Nein. Der ist mega krass. Normalerweise ist Vierfach OP, aber... Ja, moin. Du musst halt auch treffen. Ja. Ist ja nicht so, dass... Oh, das war knapp. Der hat einfach... Mein Teammate hat mein Flugzeug abgeschossen. Beziehungsweise konnte unser Teammate gar keinen Schaden machen am Flugzeug. Ja, aber er kann das Flugzeug auch kaputt machen. Nein, ich konnte dem Flugzeug keinen Schaden machen. Zuhören. Das hab ich auch gesagt. Warum konntest du dem Flugzeug keinen Schaden machen? Ja, weil ein Teammate drin saß. Aber dann kannst du dem Flugzeug doch trotzdem... Nee, ich konnte es nicht kaputt machen. Das geht nicht? Nee. Hä? Okay. Bei mir ging das grad irgendwie. Ich wollte grad sagen eigentlich. Und das waren... Oh, den rahm ich voll weg! Und das waren Unterteammate. Den rahm ich voll weg! Nein! Close Teammate quasi. Oh, Treffer. Ach du Scheiße. Diese Runde wird leider nicht gesnipet. Ja, ich hab auch keine Sniper. Das ist mir leider tot. Ich hab noch keine Sniper seitdem wir spielen. Das ist so lächerlich. Dabei kann ich eigentlich voll gut snipen, aber... Oh, ja, Flugzeuge. Jetzt geht's ab. Ja, gut. Das ist natürlich... Mensch! Das ist kaputt. Da war voll das geile Equip drauf. Ja, naja, ist ein volles Flugzeug. 800 Leben. Hier mal ein. Da oben ist ein Geschenk. Das will ich haben. Das sind zwei gegnerische Flugzeuge. Kann ich da einsteigen? Ich würde da so gern einsteigen. Der beschießt dich, Jakob! Ja, lass ihn. Komm, bitte, bitte, bitte. Lass mich einsteigen. Nein! Ich hab den Typen gesnipet. Ich hab den Typen gekillt. Nicht sein Flugzeug. Oh, was? Diese niedane Pump wird echt überbewertet. Fuck. Jetzt hab ich den nicht mal gekillt. Bah, es ist gruselig. Von wo denn? Ich hab ihm zwar ganze 42 Schaden gemacht, was ja bekanntlich die Antwort ist. Von wo denn? Von... Ach, von da. Von da! Kleiner Bastard, Alter. Der mich nervt. Nice! Okay, den hab ich für One-Hit gehabt. Aber wer weiß, wieviel der noch hatte. Genau, jetzt lädt Hand of Blood ein Fortnite-Video hoch. Ich kann ihn hier, Alter. Wie ihr wolltet... Wer soll es soo scheiße, soo scheiße? None… Ach, komm, Alter. Komm, Alter. Ja, komm, schieß mich da. Ja, komm, schieß mich da, Alter. Okay, da ist ne goldene AK, die nehm ich mir. Das Geschenk nehm ich mir auch. Super. Soll ich mein係 zu dir sein? Nein, das passiert gerade nicht wirklich, oder? Ja, komm, es tut mir sehr leid. Ach, scheiße, meine Affen, Mann, oh. Voll vergessen. Oh, da ist eine Gold and Black Scar drin. Hä, was ist denn da drin? Da ist überhaupt nichts drin. Ja, bei mir war gerade auch das erste Mal nichts in einem Geschenk. Hallo, wo, von wo? Jetzt fahr ich mich aus. Ich fahr gleich aus. Die Antwort ist von da. Nee. Als ob nie. Das gibt's gar nicht mehr. Was? No one knows what he's talking about. Runde ohne Sniper ist so zum Scheitern. Halt! Was? Ah, komm, wo hat denn der hingeschossen? Das war so ein Fehler, Alter. Ich spiele nicht mit Facecam. Ich spiele mit Facecam. Ich nicht. Besser als ich das. Und das Bier ist immer noch alkoholfrei. Ich trinke kein Alkohol. Oh, das war nicht weit genug. Und One Hit. Der wollte gerade eine Moonkiste looten und hat sie nicht gekriegt. Genau scoped. Genau scoped. Hat er dich oder hast du jemanden? Hat er mich. Steht im Chat. Genau scoped. Aber genau scoped heißt bei Fortnite nur mit einer Sniper umgebracht. Was hättet ihr das gesehen? Hättet ihr das gesehen? Was hast du getan? Ich habe gerade... Ach du Scheiße. Ich hatte gerade... Ich habe ein gescopetes. Dann habe ich auf einen gesniped und habe den fünf, sechs Mal hintereinander abgeschossen. Und dann, hallo, hört mir mal zu, dann wäre er tot gewesen. Ein Schuss hätte gereicht. Und plötzlich fliegt ein Gegner genau an mir vorbei und schluckt drei Schüsse. Der ist direkt vor mir runtergeflogen und deshalb habe ich den nicht mehr getroffen. Während ich direkt schon wieder einen Visier habe. Plötzlich war in meinem Visier so ein großer Kopf. Das war gerade so komisch. Und ich sehe schon wieder keine Gegner. Mann. Der wurde mir vor der Nase weggekillt. Immer wenn ich einen verfolge oder so. Oder wenn ich einem auf der Spur bin. Ich hätte... Hätte ich eine Sniper, ich hätte locker zehn plus Kills. Ich habe ein Jagdgewehr. Ja, ich nicht. Ich sehe so viele. Das ist mir auch nicht. Deswegen ist, eigentlich kann ich ja sogar snipen. Aber ich habe, seitdem wir spielen, keine Sniper. Das... Das gescopete zähle ich jetzt auch nicht als Sniper. Der trifft mich, weil er besser ist. Weil er besser ist. Was hat der... Was... Womit hat der gespielt? Mit... Ich habe auch keinen Raketenwerfer. Aus der Entfernung erledigt. Aber womit ist die Frage? Wahrscheinlich mit derselben Waffe wie ich? Kann jetzt bitte mal die Lootdrops kommen. Ja, da hinten ist einer. Dankeschön. Ich glaube, ich sollte... ... meine Signale in Zukunft doch alle auf... Auch in Gaming auf minus 12 dB pegeln. Mir fällt gerade auf. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich das nicht tun sollte. Oh, ich sage es euch. Oh mein, wenn ich jetzt geholt werde. Das ist mein Lootdrop. Das ist mein Lootdrop. Du Wichser. Okay, komm. Heavy. Ja, eine Heavy. Eine Heavy. Eine Heavy. Ich hasse dich. Nein. Ein Infrarot. Ich habe sie weggelegt. H, 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 E, H hoch. So, jetzt habe ich sie... Jetzt irgendwo teilen. Von wo denn? Da! Ach so. Ein grünes Jacket. Oh nein, sie kommen. Nice. Habe ich. Oh, Mann. Die Lidane Pump ist offenbar doch nicht so schlecht, aber nur, wenn man gut zielen kann. Nein. Die ist one shot, wenn du richtig triffst. So, jetzt habe ich meinen... Ich will eine Afkarum. Den hole ich mir jetzt. Ich lande jetzt hinter ihm und snipe ihn weg. Dude, ich glaube, der Dude ist ein kompletter Noob. Ich habe nur einen Kill. Da sind vier Gegner. Wie viele Kills hast du denn, Jolox? Gleich einen mehr. Dude, ich bin dein Team-Mate. Magst du sagen, jetzt einen mehr? Ich sag bloß, dass ich gerade einen Voice-Chat benutzt. Ja, irgendwie nämlich schon. Äh, ich habe es nicht gehört. Na, stimmt, dass er einen kann. Was? Die war da nicht drauf. Lieber auf Nummer sicher gehen. Dankeschön. Wo war der Typ? Ohne Witz. Wo war der? Aus 168 Meter. Ja, aber guck mal, 16 zu 19, ne? Das neue Bildformat. Ja, heißt aber ja nicht, dass wir unbedingt verlieren müssen. Weil das heißt, die haben weniger Leute, die Kills, also... Ja, verstehst du schon nicht das mal? Ich habe mal wieder so ein bisschen... Ah, okay, Negativität, das ist nur mein verdammtes Jagdgewehr. Yo, der hat mich gesaved. Natürlich finde ich jetzt den heftigsten Shit. Der Geile. So ein Geschenk. Als wenn da gerade ein Busch mit Balance rumfliegt. Komm, ich spiele einmal die schwarze Ska. Nie vorher gespielt. Zwei Kills, komm, gewinnen wir. Nein, komm. Oh Gott. Oh. Ja. Ich habe einen Streamer eliminiert. Mit dem Infrarotgewehr. Das ist eigentlich mega scheiße, aber trotzdem habe ich einen damit eliminiert. Nice Runde mal wieder. Leute, ich würde sagen, das war es mit einer epischen Runde von Fortnite Battle Royale. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Schaut bei Yolox und bei Jakob natürlich auch vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Wow. Hast du denn der Dings eine wiedergefunden? Ja, das war die falsche Karte. Die du verloren hast. Ja, nee, ich habe eine Karte wiedergefunden, aber sie ist die Karte. Du hast sie jetzt wieder. Ja. Die anderen sind wieder geworden. Die ist wieder. Ich dachte.